herzlich willkommen zu enemy crossing new horizons heute versuchen wir mal wieder den quell flügler oder wieder heiß zu bekommen ich hoffe wir haben glück 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 oder sind fossil nämlich mal schnell meine schaufel habe gestern auch die ganzen fossilen gesucht war noch auf zwei meilen inseln und jetzt habe ich keine meilen mehr und wir gucken mal was wir den namen mama mein lieber moritz der duft der bäume und des frisch gemähten rasen lockt mich aus dem haus raus in die freie natur als du kleiner warst machtest du es nicht so sehr aber inzwischen liebst du das wandern stimmt ja tatsächlich das ist sogar will ich bin als kleines kind wirklich in in bayern im allgäu immer viele berge hochgewandert somit vier fünf sechs sieben jahren und dann waren wir nicht mehr dort aber ich habe mich jedes mal beschwert jedes mal habe ich mich beschwert aber mittlerweile liebe ich wandern echt was echt sehr viel spaß also ich kann es verstehen wieso dass meine mutter gern gemacht hat und ich dann immer mit musste kann ich verstehen auch sehr sehr schön nur hier oh 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 gott ich muss mal eben die teebeutel rausholen oh sorry leute er gibt mir zehn sekunden ja so da bin ich wieder muss mal eben hier was einschütten ja machen wir kurz asmr moment des tages wartet ich muss mal eben hier so jetzt ich wollte gerade was trinken und dann habe ich gesehen oh mist ich habe überhaupt keinen tee hier ok jetzt geht es weiter hier ich habe tatsächlich geträumt der rübenpreis wäre heute 510 aber er ist nur 192 wo ist denn jetzt mein stift eigentlich ich müsste noch notieren hier geht heute aber auch alle schief nicht auf dem boden ne hä bin ich jetzt komplett bescheuert ok dann muss ich es am handy mal eben aufschreiben ich weiß gerade nicht wo der ist ich weiß gerade nicht wo der ist oh leute das ist schon wieder hier katastrophisch ähm 192 mittwoch morgens so du 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 cool ähm brauchen wir denn davon was eigentlich wenn ich ehrlich bin nicht nicht also ich brauche oder den haben wir doch schon den können wir so bestellen brauche ich jetzt nicht nochmal zu kaufen hatten wir die nicht sogar gestern oder vorgestern irgendwann dann so ach hier ist eh nichts richtig genau ich habe geträumt den traum mir kann ich ruhig erzählen war ein bisschen seltsam meine mutter war mit einem kerl zusammen und ich war mit freunden dort und haben urlaub gemacht wir wir ähm wir wohnten oben und meine mutter und ihr freund einen weiter unten und dann gab es irgendwie nachrichten dass ein mörder irgendwie frei in der stadt herum läuft und und oh gott oh was das denn oh ein türkranz cool ähm ja ich war natürlich detektiv conan ne wie man es weiß und ähm der mann von ihr von meiner mutter hat dann mit jemandem seltsames telefoniert mit dem geschäftspartner und das fand ich schon ein bisschen tricky das fand ich echt seltsam ja und dann so toll ich bin ne als dann der mann dann weggegangen ist oh gott das sind die bälle warte edda 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 lass mich mal bitte in ruhe das sind die bälle da oh gott ist es sie ne oder weiß ich nicht ne ist es nicht ok edda jetzt können wir reden ähm genau als er dann weggegangen ist habe ich dann ein bisschen runter geguckt ja auf die straße und dann habe ich ihn gesehen wie er ins auto eingestiegen ist und dann kam ein ein äh oh gott ein trecker ne trecker nennt man die trecker so ein bauarbeiter bagger sowas ja und hat dann das auto dann da zerstört so ich bin dann runter ja runter die tür raus und hab dann geguckt oh oh er ist weggefahren oh oh das wird wahrscheinlich der mörder sein ach da ist nur eine da ist nur eine lass mich in ruhe kleiner oh gott ich hab sie ich hab sie aber ist sie auch nicht ne ne ähm genau das habe ich gemacht oh wir müssen einen neuen Kescher kaufen das machen wir dann mal hin oh er ist da aber Fische was mache ich jetzt ah willst du umziehen an sich gefällt es mir aber ich überlege wegzuziehen gute idee hau ab gut dann mache ich das jetzt einfach ich fange ein ganz neues Leben an es ist traurig dass wir uns Liebe wohl sagen müssen aber gleichzeitig freue ich mich auch auf die Zukunft sie zieht um sie zieht um Leute was machen wir da da machen wir natürlich hier schmunzeln weil ich kein lachen habe warte mal das müssen wir vielleicht ändern obwohl ich das ja auch cool finde das würde ich da lassen dann machen wir äh das lieber weg und machen da irgendwas freudiges hin was haben wir denn hier wir hätten ja entzücken anfeuern freude begrüßung zustimmung ablehnung winken erstaunen uh ich glaube ich nehme hier freude so genau oh gott er freut sich zurück oh gott äh ja wo wo bin ich stehen geblieben ich weiß es gerade selbst nicht mehr ähm genau ich bin runter bin dann zu den Wingen gegangen so dann habe ich aber gesehen oh er ist weg dann bin ich tatsächlich wieder nach Hause gegangen äh in den Garten weil ich hatte keinen Schlüssel und ich wollte niemanden aufwecken und dann habe ich gedacht hm klettere ich da jetzt hoch aber genau vor mir im Fenster war eine Frau die dann Fernseher geguckt hat Fernsehen geguckt hat und dann habe ich mich nicht getraut äh hoch zu klettern weil ich vielleicht dachte dass sie dann die Polizei anruft ja und mich dann festnehmen würde und und mich für den ähm Mörder hält so dann bin ich hoch äh ne dann habe ich warte was habe ich mal ich glaube ich habe geklingelt ne keine Ah doch ich bin zur Tür gegangen meine Freunde stand dann auch auf einmal raus und dann dachte mir so okay ne dachte ich mir nicht aber kam jetzt gerade aus meinem Mund raus ähm genau dann war ich halt wieder oben in der Wohnung musste dann meine Mutter Mutter ich musste was sagen habe es dann erstmal umarmt ähm ja Jugend also ne der Mann ist dein Mann ist tot und dann hat sie angefangen zu weinen und das war die traurige Geschichte ja ja das war es so in etwa ja oh Gott stopp ich bin schon wach ich bin schon wach um 9.20 Uhr ich war tatsächlich schon um 7.50 Uhr wach aber dann habe ich gedacht hä ich bin doch erst um 3.00 Uhr ins Bett gegangen hallo also ein bisschen will ich schon noch schlafen ja dann habe ich nur 2 Stunden geschlafen ey ich wollte das Rezept ach das Rezept haben wir ja schon also ich laufe heute nur dumm hier herum ich habe gestern noch was uuuuh uuuuh ne schöne Blume endlich mal hier fasst es nicht fasst es nicht oh Gott die Bälle wo bist du die Bälle da oh nein alter die Bälle alter ach kacke daneben ach kacke das das wäre vorhin meine Chance alter Junge bleibt ja mal stehen bitte ow so dumm oh oh junge wo ist ihr ein wo ist hin Oh nein, ich habe sie verloren Ich habe sie verloren Och man, Kackgrashüpfer, was sollte das denn? Ja, auf jeden Fall, ich habe hier noch ein bisschen was gearbeitet Aber ich weiß nicht, ob das hier so richtig gut hinpasst Mir fehlen heute die Stühle hier Und dann hier in den Pfannen kommt dann vielleicht so ein Pizzadesign hin Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht so Ich bin noch nicht so überzeugt davon Sagen wir es so So, wir gehen trotzdem nochmal in den Strand ab Gleich Weil es kann ja sein, dass da irgendwo noch Gilleva liegt Gilleva, Gilleva So, muss ich dann morgen auf jeden Fall in Foren nachgucken Oder übermorgen? Ich weiß nicht wann Ähm Ne, dass ich dann jemanden einziehen lasse Okay, da ist überhaupt nichts Da ist überhaupt nichts Das ist eine Biene Oh, die gießen wir auch mal Von denen hätte ich nämlich gerne ein paar mehr Äh, mehr, mehr, mehr Sehr schön Sehr schön Ach, wir können den Campingplatz noch verschieben Die Treppe ist da fertig Na, genau, das können wir noch machen Äh Ich hab hier schon Naja, egal Egal Oh, da ist noch was Heider könnte morgen auch mal wieder kommen, oder? So, nach meinem Empfinden So, okay Dann bringen wir mal eben die Fossilien ab Geben sie ab Äh, hab ich gestern in der Serie angefangen Ich glaube schon Guck mal ganz kurz Mal bei meinem, ähm Zufallsgenerator Wo ich Serien eintrage Die ich schauen will Äh, Love to 100 Run Hab ich ja gesehen Hm Ich hab gestern noch irgendwas gesehen Ach hier, äh Loop Loop From the Nee Tales from the Loop Tales from the Loop Hab ich gesehen Hat mir nicht so gefallen Ich hab nach Folge 3 abgebrochen Weil ich fand's irgendwie Richtig Richtig Öde Wirklich Also So öde Weiß nicht Hatte ich noch nie irgendwie eine Serie Na, vielleicht schon, aber Nicht im letzten Jahr Konnte ich mir nicht geben Sorry, Leute Äh, die nächste Serie Aber ich könnte ja eigentlich mal hier aufloten Also ich hätte hier All die verdammten perfekten Tagen Good Witch Season 5 Gossip Girl Staffel 3 Haus des Gelde Staffel 1 How to Party with the Mom Staffel 1 Into the Night Staffel 1 Lore Staffel 1 Äh, Queen Sasa Staffel 1 Sanctuary Staffel 2 The Collection Staffel 1 The Expanse Unaufhaltsam Upload Und Vikings Genau Staffel 1 Das wären meine Personen Die ich ja jetzt auslose Und das ist How to Party with Mom Okay Die Serie Die ich nur eingetragen hab Weil Sie interessant aussah Aber das Thema mich eigentlich nicht so richtig interessiert hat Aber egal Dann schau ich die Serie bis morgen Oder bis übermorgen Mal gucken Ey, kann ich mal stiften Oh Gott Ich hab nichts Oder was Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab hier einfach nichts Oh warte, da oben war aber noch was Ach, hallo Okay Gehen wir mal hier kurz gucken Okay So Ah stimmt Ich wollte noch jemanden Einen Fußball schicken Das können wir gleich auch mal direkt machen Da Oh Der war schön Der war echt schön So Tschüss Eugen Tschüss Eugen Ich muss echt mal gleich gucken Wo mein Stift hingekommen ist Oh Tee ist noch zu heiß Mann Ich hab Durst Ich hab Durst Ich hab Durst Das ist der einzige Nachteil an Tee Das ist der einzige Nachteil an Tee Dass man nicht immer trinken kann Sondern warten muss bis er kalt ist Beziehungsweise nicht kalt Sondern Warm Und nicht Ultra heiß Wurtaus Äh diese Sternbäume Das ist kompletter Fake Die gibt's hier nicht in Animal Crossing Die haben nur Hacker gemacht Also Leute nicht nachmachen Ich hab's probiert Ja Aber es geht nicht So was haben wir hier drin Oh Ein paar Lochsocken Reifen Habt ihr euch schon lange nicht mehr gesehen Okay Weil ich auch nicht so viel Angel Oh Richtig coole Sachen Hellpaket Spirituslampe Oh cool Hab ich ja richtig Glück gehabt So ich brauch jetzt erstmal wieder 50.000 Hä War ich nicht gestern hier am Automaten Weiß nicht Äh Nook Shopping auf jeden Fall erstmal Zwar jemand wollte den Bastel Äh den Fußball haben Wo gab's den denn Hier gab's den nicht Weiß nicht Was ist das hier Äh Bankautomat Auszahlung Machen wir mal wieder 100 Ja Und dann Gehen wir hier doch nochmal ganz kurz gucken Zwar im Katalog Wird wohl Ball heißen oder B Da ist der Ball Ja hier Geschenk Freund Und Julia Äh hier So Bitteschön Ja Chicken Super Super Du 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 Ach Leute Ich wollte eigentlich Ne Lego Harry Potter Let's playen Ja Jetzt habe ich den ersten Part hochgeladen Und Dann habe ich erstmal so eine Art Urheberrechtsverletzung bekommen Wegen dem Hedwig Team Da dachte ich mir so Wow Toll Toll ey Muss ich mal gucken Vielleicht hätte ich da über die Szene einfach drüber sprechen sollen Ich dachte mir kommen wir genießen den Moment Aber das darf man wohl nicht Naja merke ich mir für das nächste Mal Also was wollten wir Wir wollten Infrastruktur Position ändern Den Campingplatz Ja bitte Ja bitte Und ne Ob meine Taschen voll sind Also Nicht Deren Ernst Jetzt Das kann ich frei lassen So Bitteschön Jetzt Sind meine Taschen frei Hallo Herr Nuck Ich bin wieder da Haben sie mich vermischt Ne Schade Schade Schokolade Infrastruktur Genau Position ändern Campingplatz Ja bitte Gestern war Dienstag Ne Heute könnte vielleicht mein Paket kommen Meine neue Atemschutzmaske Kann ich auch endlich mal rausgehen Ich meine ich habe hier zwar zwei Atemschutzmasken Aber die finde ich so hässlich Ja Also die sind halt stinknormale Weiße Aber ich finde die mal dreckig werden Leute Okay Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz hier gucken Wo machen wir den dann hin Hier oben wird halt ein kleiner Wasserfall noch kommen Heißt ich würde es vielleicht hier so hin machen Mal gucken ob es geht Nee dann natürlich nicht Warte mal ich muss mal ganz kurz gucken So hier wird so der Fluss sein Okay Dann würde ich vielleicht hier entstellen Ja hier ist gut Super Sehr schön Sehr schön Dann kommt hier nämlich ein kleiner See hin Hier kommt da die Lagerfeuerstätten Genau Super Das hätten wir dann auch schon mal geklärt Ja Leute Ich würde sagen ich verkaufe mal eben die Sachen Die ich hier Oh Eine Libelle Alter Die backt da Okay ich hab sie Ach man schon wieder die Königslibelle Warte Okay ich verkaufe mal eben ganz kurz das Zeug Und dann gehen wir nochmal für 5 Minuten auf Libellenjagd Für 5 Minuten Achso ich kann ja gar nicht so verkaufen Ich muss hier hingehen Äh ich will was verkaufen Sehr gerne Was hast du anzubieten Zeig doch mal Ich hab ganz ganz viele Leute Na den hab ich mittlerweile auch 10.000 mal Den kann jetzt nämlich auch mal weg Ja Abgemacht Super So Und dann tschüss 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 Ah tschüss zu Na Ja 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 Hallo Misuzu Moritz Vielleicht Freude träumen Heute bin ich früher aus dem Fehl angekommen Und habe schon viel erledigt Das fühlt sich gut an Ja das glaub ich dir Das glaub ich dir tatsächlich So Ist kein Dings Oh hier Alter Den hab ich Hinten ist nur eine Aber ist das glaub ich auch nur ne Königslibelle Hab die zu mir? Ne Ah ich lass mal eben hier rüber kommen Denn dann bin ich da Und vermassel alles So ich hab sie Ah auch ne Königslibelle Mann ey wann kommt denn diese seltene Weiß nicht ob die überhaupt selten ist Aber Irgendwas will die schon sein Geht's dir gut Edda? Ne ne Ich glaub nicht Ich glaube du brauchst nen Arzt Ja mein Wasserläufer hab ich mittlerweile Die finde ich auch sehr sehr schön hier Geht's mir auch mal In der Nacht sah sie bläulich ja aus Hab ich dir dann Oh mein Gott was hab ich hier denn erschaffen Naja Vielleicht hab ich das auch geteilt Achso wir können hier noch rein gucken Danach beenden wir auch den Part Oh kann ich jetzt hier Ach ne das ist immer noch zu heiß Okay Hallo Gina Hallo Gina Ich geh mal gucken was ihr heute so schönes habt Oh Alter Mann ey Was Wollte ich machen Also das Outfit wieder weg machen So hier Für Stab Da Bam Oh ne Hallo Gina Ich bin da wieder Und wir gehen jetzt hier rein Ähm Zeig mal ja hier Beide Tücher hab ich eigentlich Oh Jeansmantel hab ich glaube ich nie Oh Das ist ja Vintage Haben wir die Augenklappe eigentlich schon Aber die Steampunkbrille haben wir auch noch nicht Okay müssen wir zweimal kaufen Aber davon haben wir auch noch keine Schuhe Nehmen wir auch mal welche mit So Ne Danke So Wieder rein Ah ich hab gestern zweimal Pommes gegessen Aber selbst gemacht Also keine Fast Food Pommes Und zwar im Backofen mach ich die mittlerweile immer Äh Die sind richtig lecker im Backofen Kann ich nur empfehlen Äh Ihr schn Ihr schn Ihr schn Nichts sein Spaß Spaß beiseite Äh Wir kaufen die auch noch hier So Ne Nicht tragen Äh Ihr müsst halt Einfach die Normal die Kartoffeln schälen schneiden In Stifte Und Dann ins Wasser tun Für 20 Minuten Dann aus dem Wasser raus tun Dann Äh Am besten in einem Sieb Packen Und auf den Topf tun Und dann einfach nochmal 30 Minuten warten Bis die Trocken sind Die Fritten Und dann ab in den Back Ach ne Dann in der Tüte rein tun Dann Äh Zwei Esslöffel Olivenöl dazu Und dann Ist man Tatsächlich Schauf her Ich tu dann immer noch eine Prise Ähm Zwiebelpulver dazu Gibt irgendwie ein bisschen mehr Geschmack dann her Für die Pommes Und dann in den Backofen tun Ja Und dann noch warten Bis sie geschnusprig sind Dauert meistens so 20 bis 40 Minuten Kommt auf die Pommes an Äh Kommt auf die Kartoffeln an Ja Leute Das war's dann Für heute Wir sehen uns morgen wieder Bis dann Euer Kamito Und Haut Ach warte Ihr könnt schon mal Reinhauen Und ich geh nochmal zu Emily Und mach ein Foto Und wer sie haben will Der kann sich dann melden Tschüss Oder wenn jemand In den Kommentaren Emily haben will Ne Dann Sagt Bescheid